Herzlich Willkommen, Club 3, hier im Winterparadies Oberhof. Jungs, schön, dass ihr da seid. Danke, wir freuen uns. Liegt ihr den Winter, den Schnee? Absolut. Seid ihr Wintersporter? Ja, absolut. Schon ein bisschen, ja. Also morgen, wenn wir alle drei Skifahren, auch die zwei aus dem flachen Land, werden morgen zeigen, wie gut ihr das kennt. Wir fahren nämlich die MDR Hüttenparty morgen im MDR und dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Da musst du auch auf die Skifahren. Ja, 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 ich bin gespannt, weil es ist seit 8 Jahren her, dass ich noch mal Skifahren war, aber du schaffst das schon, du schaffst das, du schaffst das, aber Jungs, habt ihr vielleicht Lust auf ein kleines Abenteuer? Immer. 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 Ja, mehr noch mehr. Du musst Geld. Ich nehme mich überall mit hin, ich muss immer Ja sagen. Bei uns ist dann demokratisch, zwei sagen Ja, eine sagt Nein, also gehen wir. Armer Christoph, aber es ist gar nicht so schlimm. Wir wollen nicht mal gemeinsam Bob fahren. Ist man euch schon mal jemand Bob gefahren? Nein, das ist richtig Bob. Ich war schon mal auf dem Eiskanal oder nicht mit sowas hier. Also bin gespannt. Aber Karl Florian, du hast ja in deinen Shows wirklich schon alles gemacht, was man sich überhaupt vorstellen kann und hast immer wieder Mut bewiesen. Ja, Abenteuer machen uns allen Spaß und ich finde, es darf den Zuschauern nicht langweilig werden, aber uns eben auch nicht. Und deswegen heute mal Bob und irgendwann springen wir dann mal wieder Fallschirm oder so. Es soll auf jeden Fall Spaß machen. Und heute probieren wir es mal mit dem Bob fahren. Also ehrlich gesagt, ich bin auch noch nie mit dem Bob unterwegs gewesen. Ich weiß auch nicht, was da auf uns zukommt, aber wir probieren es einfach. Wir probieren es. Jetzt geht es richtig los. Jetzt geht es richtig los. Und eines muss ich allerdings noch sagen, in den Kurven sind überall Kameras installiert. Also egal, wie es euch geht, immer lächeln, immer lächeln. Es macht allen Spaß. Und wir sehen uns dann unten wieder. Ich würde den Anfang machen. Ja. Und nehmen euch dann unten, ja, so fünf Stundenkilometer. Kloschen werden. Kloschen. Also ich probiere das schon mal aus. Ich war als Erste. Natürlich mit einem erfahrenen Bob fahre eher dann genauso. Dann wird nichts passiert. Aber wir wollen schon ein kleines Rennen liefern. Bitte. Mal sehen, wer es schneller unterwegs ist. Okay, und unten sehen wir uns wieder. Hauptsache, das kommt alle gut an. Ja, ganz bestimmt. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Ihr schafft das. Ja, auf geht's. Hallo, Kelle. Gib mal an. Das war der Fuß. Ei, 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 wo füllen wir? Woooo. Musik 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 Ja gut Super Aber unten... Tut euch irgendwas weh? Alles gut? Ich hab alles gefilmt, glaube ich, aber... Christoph, Christoph, wie war's? Du hast ihn verstanden. Ja, es war ziemlich schwer, so, weil manchmal so die Druk und dann... Und dann geh ich so kurz mal um, das war ziemlich schwer, aber trotzdem... So im Rücken merkt man's, oder? Hinten? Oh, hinten merkst du dann schon. Ich bin froh, dass Sie jetzt, heute Abend, nicht lachen können. Das ist super. Aber weißt du, ich kann doch stolz sein. Und wie schnell waren wir eigentlich? Super. Waren wir schnell? Haben wir euch zu sagen, oder? Ich glaube, ihr wart sogar eine Sekunde schneller als du. Ah, schön. Wir sind 40 Sekunden, aber das dauert länger. Ja, ja. Gefühl dauert's länger. Und deshalb habt ihr jetzt auch die Musik für die Tafel einen Ball verdient. Also das muss jetzt sein. Weil das würde nämlich nicht jeder mitmachen. Ohhhh. Ohhhh. Aber wir sagen nur, eine kriegst du. Wir teilen uns zwei, eine kriegst du, weil du auch so eine Tafel. Oh, das ist aber nicht von dir. Und wir teilen uns die. Ach, war das schön. Ich danke euch. Danke auch. Das war doch eine tolle Erfahrung, oder? Klar, jetzt sind wir auch. Das ist doch was anderes. Christoph, du kannst sagen, ich bin Bob gefahren. Boah, das müssen wir erst mal danach machen. Alle Freunde haben mich geschickt. Spinnst du, oder? Ja. Aber trotzdem bin ich stolz, dass ich das gemacht habe. Jetzt ist erst richtig los. Jetzt erst recht. Okay. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und das ist das Stichwort. Ihr seid natürlich nicht nur hier nach Oberhof gekommen, um mit mir in Bob zu fahren. Nee, nicht nur. Sondern unsere Musik für Sie, Zuschauer, wollen euch natürlich singen hören. Das ist ganz klar. Und deshalb sagen wir, Jetzt erst recht. Seid ihr Startklan? Denn jetzt geht's richtig los. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Du stehst noch vor der Tür. Am liebsten wirst du abgehauen. Du fühlst es brennend in dir. Hast keine Lust dazu zu schauen. Heute Nacht wirst du erwachen. Dein Bull ist vertierlich auf. Du atmest noch mal ganz tief durch. Dann gehen die Türen auf. Heute Nacht beginnt ein neues Leben. Du sagst dir immer wieder. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wir wollen auf dich die Gläser heben und singen deine Lieder. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wir wollen auf dich. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020